So, hallo, wir machen weiter bei Kirby und das vergessene Land. Letztes Mal haben wir hier zwei Level gespielt und gerade kam hier eine Nachricht rein, dass in der Stadt ein neues Gebäude ist. Das gucken wir uns doch glatt mal an. Und stimmt, das ergibt Sinn, weil nach 60 war ja glaube ich eins fertiggestelltes. Jawollo! Irgend so ein Essensding ist jetzt fertig. Oh, und noch mehr. Und noch viel mehr. Was ist das denn? Schnellreise oder was? Lieferservice. Entschuldigung. Oh, noch mehr ist fertiggestellt. Kirby's Haus. Jupp, und das habe ich gesehen. Wodley Café. Okay, ja, wir haben einiges zu tun. Wir haben einiges zu tun. Aushilfe gesucht spielen, okay. Ich schätze, wir kommen in diesem Part nicht mehr in ein neues Level. Jetzt gucken wir erstmal, ob ich hier was Neues machen kann. Ja, der Hammer ist da, aber kann ich irgendwas upgraden? Ja, auch der Typ ist da, aber kann ich irgendwas upgraden? Ja, das ist diese Bebenwelle. Okay, das habe ich noch gar nicht genutzt. Aber kann ich irgendwas upgraden? Bruder. Ich kann scheinbar nichts upgraden. Okay. Wie erfahre ich denn, ob ich was upgraden kann? Sagt er mir das dann? Wie man hier einfach alles zum Erdbooten praktisch gleich machen kann auch. Witzig. Okay, wir gehen erstmal zu diesem Lieferservice-Ding. Hallo und willkommen beim Geschenk-Kipps an die Haustür. Solltest du Geschenk-Codes finden. Oh. Haben wir nicht. Ach so. Okay. An der Haus- und gegenüber sein Geschenk-Code. Okay. Äh, okay. Nein. Gerade nicht. An der Wand ist ein Geschenk-Code. Ah, und wenn sie was sagt, okay. First Passwort. Okay, also sie muss, also Quatsch, sie, sag ich schon. Er muss reagieren. Oha. Wie, wie nah muss ich da sein? Kann man schon sehr nah sein, okay. Yo, ich würde gern First Passwort eingeben. Muss ich das jetzt schreiben, oder muss ich das einfach raussuchen? Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Wehe, die wollen Groß- und Kleinschreibung. Nein! Nimm das. Habe, was habe ich? Oh mein Gott. Wollte ich jetzt wirklich alles in Groß haben? First Pass. Das muss doch passen jetzt. Oh mein Gott, dein Geschenk-Code soll bald vor deinem Haus liegen. Okay. Wow. Okay. Das heißt, ich kann jetzt aber alles ablaufen und irgendwann reagiert der mal. Und sagt dann, hey, hier ist was, obwohl man es nicht sieht, oder wie? Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Oh lol. Auch nicht schlecht. Nee, hier reagiert er auf nichts mehr. Kann ich eigentlich hoch? Das war's aber auch. Ah, ich kann hier auch rüber. Okay. Dann kann ich auch darüber. Kann ich auch hier weiter. Okay, da ist Schluss. Warum kommt man dann hier hoch? Ah. Deswegen. Moin. Ich wollte dich nicht schlagen. Ich wollte mit dir reden. Jetzt, da immer mehr Stadtbewohne zurückkehren, kommt wieder ein bisschen Leben in das Örtchen. Die anderen wurden die Sachen... Ach, das ist der Typ. Oh mein Gott, ich dachte schon, hey, wieso will der mit mir reden? Weil es einfach der Typ ist. Kann ich ja von oben rein? Yo. Okay, schlafen. Buch lesen. Weiß ich nicht. Oh. 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 Okay, das ist witzig. Vor allem, weil die Musik halt... Ne? Die... Die... Nette kleine Geschichte. So. Gehen wir mal wieder raus und machen das Geschenk auf. Hundert Sternmünzen. Okay. Warum nicht? Gut. Also Geschenke können zum Beispiel Sternmünzen sein. Okay. Bin mal gespannt, was wir noch so finden. Was ist jetzt los? Wofür das Bessinrudel die Woddle, die es eigentlich braucht? Keine Ahnung. Ich hatte mich gerade nicht angefangen, als das Rudel auftauchte und alle entführte. Dabei ist das Territorium der Bessin weit, weit weg. Wir hatten vor uns hier eine Stadt zu bauen, um in Frieden leben zu können. Aber zum Glück bist du hier aufgetaucht, Kirby. Okay. Ist das alles, was du mit mir teilen wolltest? Nein. Wir mussten mich jetzt nicht, dass wir die Stadt wieder aufgebaut haben. Okay. Okay. Äh. Ja, wir sind uns da schon mal begegnet. Hä? Hä? Ja, wir kannten uns schon. Du bist ein bisschen neidisch, okay? Okay, jetzt wiederholt sich der Text. Danke. Gut, dann gehen wir mal zu dem, was klingt wie ein Minispiel. Willkommen im Woddingriff, das ist ein bisschen in der Stadt. Aber KP wiederherrschen kann ich auch im Level ohne was zu zahlen. Ah, zum Mitnehmen, was? Ah, okay, Vorrats-Item. Okay, das ist wiederum interessant. Okay. Ach, das ist da oben jetzt, unter dem Bohrer ist jetzt so ne, so ne. Okay, ich verstehe. Aber ich will jetzt nichts zum Mitnehmen. Aber ich verstehe den Gedanken. Man kann dann sozusagen... Ja, ne, man kann dann sozusagen... Okay. Ja, vielleicht brauchen wir es irgendwann. Wir werden sehen. Ich habe einen Moment Zeit. Ja. Okay. Okay, es gibt drei Level. Übungsschicht. Okay, let's go. Was muss ich tun? Was ist das jetzt für ein Minispiel? Achte auf die Essens... Oh Gott, so was ist das? Oh, Hilfe, okay. Eieiei, das ist wie Papas Pizza-Liefer-Dings oder wie das heißt. Das ist... Oh, das ist ein... Also, es ist natürlich nicht so schlimm. Ja, okay, ich verstehe aber, was man tun muss. Let's go. Okay, er will ne Tomate. Er auch. Er nicht. Er nicht. Er schon. Er auch. Das könnte auf Level... Auf einem späteren Level könnte das ziemlich interessant werden. Nachdem, wie viel da noch so dazu kommt. Yay. Es ist Zeit. Ah, jetzt sieht man schon, was die davor... Also, jetzt... Teilweise sieht man schon, was die... Was die später wollen. Okay, das macht es cooler. Okay. Habe ich genug geschafft? Zweiunddreißig bedient, jawolloh. Okay. Das wird ja wohl passen. So. Machen wir gleich weiter. Beide gleich freigeschaltet. Okay, interessant. Da gehen wir doch gleich mal in den rasanten Shop rein. Ah, jetzt kommt das Auto dazu. Und da kommen dann vier Sachen. Okay, ich verstehe. Alles klar. Es bleibt also vom Konzept her, wie es ist. Nur es kommen mehr Items. Und teilweise geht es mal von der unteren Seite, mal von der oberen und so weiter. Äh. Aber lieber warte ich mal ein bisschen, bevor ich mal was falsch mache. Ich glaube, es ist besser, nichts falsch zu machen, als unbedingt super schnell zu sein. Okay, jetzt geht es los. Essenszeit. Jetzt kommt hier die Party. Jetzt habe ich, glaube ich, ich habe, glaube ich, zumindest kein Falsch. Mal gucken, ob es denn ausreicht. Okay, 29. Keiner falsch. Alles in Folge. Nur 35% Kundenzufriedenheit. Okay. Na gut. Aber geschafft offenbar. Sehr schön. Also, wenn man mal Sternmünzen braucht, kann man das auch recht schnell machen. So, letzte Schwierigkeit noch. Wilder Job. Rild. Okay, da kommt jetzt noch ein Hamburger dazu. Okay. Den will der auch gleich. Okay. Nein, das ist der Burger. Jetzt wird schon schwieriger. Nein, das ist das Ding hier. Oh, oh. Jetzt verstehe ich aber die Zufriedenheit, wenn ich langsamer brauche. Ja, ja, ich sehe schon. Oje, oje. Yo, das ging viel zu schnell. Oh mein Gott. Das ging richtig schnell. Okay. Ja, da müssen wir doch nochmal ran hier. Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht unterkomme mit den Balken da oben. Aber bisher sieht es gut aus. Nein! Scheiße, jetzt war schon eine falsche dabei. Das ist ja schon richtig schlecht für die Bewertung nachher. Ach, Mist. Oje. Nein, da hinten. Den da. Den da. Ah, verdammter Mist. Boah, ich bin so schlecht. Oh mein Gott, ist das schwierig. Okay, nochmal. We can do this. Aber läuft schlechter als vorher, muss ich sagen. Läuft schlechter als vorher, das ist nicht gut. Okay. Ah. Nein, das ist die... Oh Gott, ey. Es wär's fast gewesen. Boah. Okay. Nächster Versuch. Nein, der ist da drüben. Okay, okay. Relativ gute Basis bisher. Nein! Oh mein Gott! Ja, das... Ein Fehler und das war's. Mist. Mist. Nein, das ist doch gleich hier, Mann. Wie soll man denn so schnell reagieren, wenn das immer erst später auftaucht? Na, ich... Ja, komm, dann können wir gleich von vorne starten. Ja, ich war's. Hier. Ja, ich bin weiß. In der Nähe. Ja, ich bin Mann. Ja, ich bin der Schroge. Ja, ich bin der Schroge. Das ist nicht gut bisher, nicht gut bisher. Oje. Komm schon, komm schon. Es war so knapp, nein, es war so knapp. Es war so knapp. Ach komm, es war so knapp. Äh, das ist das Ding. Aber ich habe jetzt schon eine schlechte Basis. Ganz schlechte Basis. Ich komme nicht, ich komme gar nicht schnell genug rüber. Ich habe gesehen, was er wollte, aber ich kam nicht schnell genug rüber. Ah. Oh, gott. Okay, die Basis ist okay, aber nicht optimal. Alter, von ganz links nach ganz rechts, das schaffst du gar nicht in der Zeit. Hä? Hä? Wie soll, wie soll? Kann ich, wenn ich links bin und links drücke, komme ich dann direkt nach rechts? Nein. Also, ich muss von ganz links nach ganz rechts drücken. Aber das geht so schnell nicht. Das meine ich, ich komme gar nicht schnell genug rüber. Ich... Mach ich irgendwas falsch? Ich komme einfach nicht schnell genug hin. Was ist mit dem Steuerkreuz? Vielleicht ist es mit dem Steuerkreuz leichter. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Fühlt sich schon angenehmer an, aber ob das reicht, werden wir sehen. Nein! Ich... Also, man sieht ja, was die wollen, aber so schnell schaffe ich das nicht. Oh, ist das kacke. Oh, das ist kacke. Oh, das ist kacke. Oh, was ist das k aucune... Oh, das ihan nicht. Ich bin ja. Oh,u-ahah. Nein, Mann. Scheiße. Nein, da will noch ein... Das geht so schnell. Das geht so schnell. Das ist wirklich rillt. Junge. Nein, das ist die Flasche. Das ist das Auto. Das ist der Burger. Oh Gott, ey. Burger. Noch ein Burger. Ich hab den Club gedrückt. Wat ein Stress. Ich hab den Club gedrückt. Nein! Nein, ich erkenne das zu spät. Mann! Nein, das ist das Ding. Keine Ahnung. Nein, das war das Falsche. Ich verwechsel die. Ich sehe die nicht so schnell. Ich sehe, es sieht rund aus und dann nehme ich die Tomate statt den blöden Burger. Mann! Ist aber auch frech. Oh, äh, geht schon los. Ich wollte eigentlich die Tomate noch geben, aber dann halt nicht mehr. Nee! Noch ne Tomate. Flasche! Nicht Tom... Oh, ey! Sobald du ein bisschen strauchelst, ist es vorbei. Oh mein Gott, wie perfekt wollt ihr das? Oh! Oh! Oh meine Gott. Oh, ey! Oh! Oh le refuses! Oh! 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 Nein, oh man. Nein! Oh, jeff. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist doch nicht möglich. Also es ist schon möglich, aber holy moly. Wie knapp soll es sein? Das ist der beste Start bisher, aber der bringt mir halt nix. Nein, die Schu... Scheiß Flasche. Es ist zu viel, ich schaff das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Wie soll man denn dann noch schneller reagieren jetzt? Komm schon. Oh, finally. Alter. Ey, das ist ja krank. Kein Fehler. Alles in Folge. Bruder. Schisch. Okay, reicht dann auch. Okay, wir haben alle mal geschafft. Ja, störe mich kurz. Ja. Ja. Besondere Figur. Okay, her damit. Der Bedien-Kirby. Hei, 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 hei. Okay. Ich bin fertig. Ich bin echt fertig. Oh mein Gott. Aber hier kann ich... Warum kann man hier hoch? Hier ist nichts. Also vielleicht kommt da irgendwann noch was, aber im Moment ist hier nichts. Ups. Ja, ne? Gut. Boah ey, Wahnsinn. Okay, Abflug. Ja, reicht dann auch mit dem Part, würde ich sagen. Hey, das hätte jetzt auch noch länger gehen können. Puh. Okay, lasst uns, lasst uns, dass noch eine kleine Sache passiert. Lasst uns noch kurz eine Mission machen. Hammerschatz, let's go. Ist ein Stern. Easy. Easy. Kriegen wir hin. 45 Sekunden Pfostenhauen, auf geht's. Sehr gut. Sehr gut. Oh ne. Kann ich da wieder hoch wenigstens? Ernsthaft jetzt? Kann ich da auch nicht mit Damage boost? Okay, dann halt nochmal von vorne. Ah, wenn man mal runterfällt, kommt man nicht mehr hoch. Das ist frech. Aber nicht so schlimm wie das, was wir gerade hatten. Alter, das war das schwerste, was ich in Kirby bisher gespielt habe. Holy Shit. Nintendo und Mini-Spiele, ne? Ah, an irgendeinem Punkt müssen wir uns ja immer übertreiben. Immer so ein bisschen zumindest. Nein! Oh, der ist so schlimm. Noch ein bisschen. So. Ich nehme dieобщеe. Der ist kein Team. Der ist gespielt. Ich nehme die Sache. Es ist total, dass ich jetzt keine Zeit geliefert. Au. Oh, ich werde mich für auf die Zeit. Ich hatte n faites den Moment. so haben wir jetzt nein zwei sekunden zwei sekunden noch schneller ok 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 zwei sekunden noch schneller zwei sekunden let's go wo habe ich zeit liegen lassen bin ich nicht ziemlich perfekt durch hier bin ich kurz hängen geblieben sollte das nachher fehlen dann weiß ich wo ich hängen geblieben bin nein 17 millisekunden zu langsam ach komm schon ok jetzt aber ok 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 mal ach komm schon nein oh oh scheiße oh neeeee fuck bleib doch nicht hängen kirby was tust du? ich bin gesprungen ich schwöre ich bin gesprungen ich bin gesprungen nein ok ok war damage boost alles gut ok ok easy huah eine sekunde schneller huuuu hei 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 ok haben wir das auch noch ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss das ist 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 das ist